Ich bin Kathrin Reinhardt, ich bin jetzt seit 2012 bei Böhringer, habe meine Ausbildung als Chemielaborantin angefangen und ja, seither bin ich in einem Labor geblieben. Ich möchte mich jetzt für den Betriebsrat ausstellen, weil ich einfach auch frisches Blut in den Betriebsrat reinbringen möchte, weil ich mich gern für die Auszubildenden engagieren möchte, dass sie auch so einfach eine gute Zukunft bei uns haben. Dann ist mir auch noch wichtig, dass man diese zum Beispiel pflegende Angehörige oder Familienväter oder einfach werdende Älterer besser unterstützt in ihre Flexibilität, was Arbeitszeit angeht. Und ich glaube halt, dass man das mit der IG BCE sehr gut erreichen kann, da die immer hinter einem stehen und das auch so wie so eine Art Versicherung zählt, dass man immer auf dem aktuellen Stand bleibt bei der Arbeitswelt immer mitgeht. Die Dere für die IG BCE ist die Welt, ich glaube, dass ich hier meist erreichen kann. Egal, ob das jetzt für den Betriebsrat ist, ob das bei der Wahl klappt oder nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da was erreichen kann, aber vielleicht für die zukünftige Vertrauensleitewahl. Man kann immer als engagiertes Mitglied immer irgendwie unterstützen und auf jeden Fall einen voranbringen.